So, mal was ganz Feines, ganz was Neues. Wir haben jetzt hier Zimmermanns Crackling Monster von Nordlichtfeuerwerk. Eigenmarke von der Feuerwerkswelt. 36 Schuss, Effekthöhe 25 Meter und 440,4 Gramm NEM. Schöner Fächerbatterie und wie der Name schon sagt, könnte es glaube ich ein bisschen Crackling-lastig werden. Schauen wir mal. So, mal gucken ne. Zimmermanns Crackling Monster. Wir sind jetzt hier ganz rabiat, reißen das Ding so auf. Achso, ja, eben ihre Palettenfolie hier immer. Das macht richtig Sinn, mit dem Gasbrenner seiner Batterie rumzufummeln. Bisschen Riesekos immer. Ah, so. Alles klar. Sehr interessant. Ein komisches Männchen da drauf. Hat was. Komisches Männchen. Komisches Männchen. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch mal auf die Straße. Da haben wir es noch mal NEM 440,4 Gramm. Alles klar. Und auf geht's. Ab geht der Tiger. Ich werde mich ein wenig verkrümeln. Joho, Vorsicht. Ich gehe ein Stückchen weiter nach hinten. Denk dran, das ist ne Fächerbatterie, ne? Kommt der muss warten. Lass ihn warten. Lass ihn warten. Lass ihn warten. Ich würde ihn jetzt noch vorbei lassen, ne? Und auf geht's! Achtung! Alter Schwede, die macht ihrem Namen alle Ehre.